Und willkommen zur Freitagslaberei. Als erstes fange ich mal bei euch an zu fragen, hat es bei euch auch so schlechtes Wetter wie bei uns? Bei uns regnet es jetzt, glaube ich, den dritten, vierten Tag am Stück. Obwohl, gestern war es mal, glaube ich, für eine Stunde Sonnenschein. Bin ich mir aber nicht mehr sicher, wenn es viel zu jahrelang, als ob es schon tausend Jahre her wäre, als ob man die letzte Sonnenstrahlen gesehen hat. So war es. So was macht irgendwie auch voll missmutig, so schlechtes Wetter, obwohl ich ja eigentlich Fan von schlechtem Wetter bin. Aber ich will Schnee. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich will einfach Schnee haben. Ich will nicht dieses Regenwetter, ich will Schnee. So einen Schneesturm, den fände ich jetzt cool, aber diesen Regensturm, der da draußen wütet, den finde ich nicht so toll. Weil dadurch komme ich halt sehr viel weniger vor die Tür und das ist irgendwie auch schade, weil ich ja auch gerne mal wieder was unternehmen und was erleben würde. Tja, ich dachte, weil es eben heute so regnet und so schrecklich das Wetter ist, könnte ich euch ja mal erzählen, was ich so mache an regnerischen Tagen, wenn man irgendwie gar nicht raus kann oder wenn es irgendwie so doof ist. Also meistens schlafe ich erst mal ganz lang. Und jetzt kleiner Funny-Fact an der Seite. Auch wenn es nicht regnet, schlafe ich erst mal lang. Oh Gott. Dann versuche ich irgendwie was zum Mittag zu essen, was ich aber auch nicht immer tue, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Mittagessensmensch. Übrigens wundert euch nicht, dass ich die Augen so zusammenkneife. Das tut mir echt leid, aber ich habe richtig fiese Kopfschmerzen heute schon den ganzen Nachmittag. Durch dieses schlechte Wetter ist jetzt wohl auch noch Föhn und ich bin so wetterfühlig und dann kriege ich da immer so fiese Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, warum man eigentlich wetterfühlig ist. Also ich kann es mir nicht erklären, aber ist halt so. Ja, okay. Dann suche ich mir irgendein Spiel, was ich spielen kann. Zurzeit bin ich total süchtig. Die Sims Mittelalter. Piraten und Edelsleute. Es ist ein ganz altes Spiel. Habe ich mir das vor kurzem, ehrlich gesagt, gekauft. Aber das erste Spiel, Die Sims Mittelalter, habe ich mir damals, als es rausgekommen ist, gekauft. Und ich bin davon so ein Fan. Ich weiß echt nicht, wieso. Aber ich kann dieses Spiel stundenlang spielen, obwohl du da eigentlich im Prinzip immer bloß kleine Aufträge erfüllen musst. Und von links nach rechts rennen. Und dann wieder mit dem und dem reden. Und dann wieder mit dem und dem reden. Dann musst du dich mit dem und dem wieder anfreunden. Und so weiter. Aber es macht mir riesig Spaß. Und da kann ich dann schon auch mal so drei, vier Stunden damit spielen. Ja, und dann finde ich es auch cool, natürlich mit meinen Elternzeit zu verbringen. Wir haben gestern zum Beispiel einen sehr nennen Spieleabend verbracht. Da haben wir das Spiel gespielt, das ich zu Weihnachten von meinen Großeltern bekommen habe. Ich habe verloren. Mein Vater hat gewonnen. Aber es war harscher. Ich hätte fast gewonnen. Naja, so fast auch wieder nicht. Ja. Und was kann man noch so machen? Ich verbringe dann auch gerne eine Zeit mit meinen Tieren. Also Tassilo oder Isa. Zum Beispiel mit Isa habe ich heute mindestens, glaube ich, eine Stunde geschmust. Das war nett. Da bin ich aufs Bett gelegen, habe sie mir auf den Bauch gesetzt. Da hat sie sich hingelegt und habe sie einfach etwas gestreichelt. Und das war richtig schön. Und vor allem war es auch sehr leise. Und so habe ich es geschafft, sie etwas aufzuwärmen. Weil ich muss sagen, unsere Wohnung ist etwas kalt. Was daran liegt, dass wir eine sehr alte Heizung haben. Und wenn es dann draußen sehr kalt ist, schafft die den Ausgleich irgendwie nicht. Oder so irgendwas. Auf jeden Fall wäre es da kalt. Und so habe ich dann halt den Hasen etwas anders aufgewärmt. Ja. Und dann habe ich auch noch Zeit mit meiner Mom. Wurde ich auch gerne Zeit mit Mom. Da reden wir dann über viele Sachen, Verschiedenes. Hier und da auch mal über Sachen wie z.B. Computerspiele oder sowas wie, sie erklärt mir, wie Mieten funktionieren oder wie Steuer funktioniert und wofür Steuern da sind. Wobei ich noch nicht weiß, wie meine Steuererklärung macht, fällt mir gerade auf. Ich weiß aber, dass man auf jeden Fall Rechnungen sammeln muss. Und dass das dann irgendwie eingetragen wird. Aber sonst weiß ich da noch nicht besonders viel dazu. Das muss ich dann auch mal irgendwann lernen. Ach, das sieht immer noch so wie Mathe aus. Ich bin kein Mathe-Fan. Okay, ich gebe es schon wieder zu. Ja, dann koche ich mir manchmal auch was Leckeres. Sowas wie ein paar Dampfnudeln oder einen leckeren Kuchen. Oder backe auch mal Plätzchen mitten im Sommer. Das mache ich gerne. Oh Gott. Ich habe immer zu den komischen Zeiten Lust auf Weihnachtsplätzchen. Sowas wie, wir haben 40 Grad im Schatten gefühlt und in der ersten Sekunde kommt Elena auf die Idee. Hm, ich könnte Plätzchen backen. Hm. Ja. Oder, hier drin ist es gerade irgendwie. Also, was Blöde ist, der ganze Tag war es kalt und jetzt bollert die Heizung wie verrückt. Jetzt wird es hier drin echt warm. Naja. Oder ich gucke mir auch gerne mal hier und da einen Film an. Sowas wie Harry Potter. Den habe ich noch auf DVD. Dann kann ich die ganzen Features anschauen, wie es entstanden ist. Und diese Hintergrundinfos. Das finde ich auch immer sehr interessant. Und das kann ich dann auch sehr schön. Das mache ich dann auch immer sehr gerne bei so schlechtem Wetter. Weil, auch wenn es sich komisch anhört, und ich auch sowieso nicht viel draußen bin, aber irgendwie habe ich auch so dieses Schlechtwetter. Schade, dass ich nicht raus kann. Hm. Ich muss aber auch sagen, ich finde, Schnee ist jetzt kein schlechtes Wetter. Es kann so ein richtiger Schneesturm sein. Ich finde es trotzdem nur einen schönen Gedanken, rauszugehen. Ja, ich bin Schnee-Fan. Ich gebe es zu. Ja, aber jetzt windet es halt bloß. Und das ist doof. Weil dann ist so kalter, nasser Wind und das ist unangenehm. Naja. Gut. Ähm. Manchmal rolle ich dann auch mein Zimmer auf. Was man auch sehr schön sieht. Mein Zimmer ist immer aufgeräumt. Aber manchmal schaffe ich dann extra Unordnung, um dann das Zimmer aufräumen zu können. Oh Gott. Das mache ich wirklich. Dann zahle ich so 5, 6, 7, 8 Kisten raus und schütze einfach irgendwo auf dem Boden, um dann mich darüber aufzuregen, welche Unordnung ich im Zimmer habe, um sie dann wieder einzuräumen, um dann wieder aufzuräumen. So kann man auch seine Zeit verbringen. Dann beantworte ich viele E-Mails. Dann gehe ich auch oft auf Ebay Kleinanzeigen. Ich finde einfach immer so interessant, dieses, ähm, oder auch bei Spock oder bei Amazon, einfach alle möglichen Online-Händler, einfach mal so zum Gucken, was da alles so gibt und sowas. Das finde ich mir voll interessant. Da ich vor kurzem erst was total komisches entdeckten, habe mir so gedacht, hä? Ähm, da gab es wohl Karten für irgendein Konzert, wo ich mir so gedacht habe, den, wer ist denn das, der dieses Konzert gibt? Und ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Ähm, ich schreibe dann aber auch die Leute nicht an. Das finde ich irgendwie dann komisch, jemanden anzuschreiben, um zu fragen, von wem ist denn das? Und dann, um dann wieder zu sagen, aber eigentlich habe ich ja kein Interesse. Finde ich dann auch schräg. Ja, und dann den Rest der Zeit liege ich meistens auf dem Bett rum und langweil mich etwas. Und freue mich dann drauf, irgendwann ins Bett zu kommen und zu schlafen. Hm, naja. Das ist so das, was ich eigentlich im Prinzip heute den letzten Tag gemacht habe. Oh Gott. Aber das Schlimmste ist, wenn es so schlechtes Wetter ist und ich vom Wetter her Kopfschmerzen oder so habe, dann kann ich auch furchtbar zickig sein. Da kann ich eine richtig fiese Zicke gegenüber meiner Mom sein oder auch gegenüber meinem Dad. Und das ist eigentlich nicht fair, aber ist halt dann doch so. Naja. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf den Sonntag, weil Sonntag ist bei uns immer Familientag. So ab 17 Uhr verbringen wir viel Zeit dann zusammen in der Familie. Gut, ich durfte immer Freunde früher einladen oder auch heute noch, aber inzwischen bin ich schon so, dass ich sage, ich möchte am Sonntag ab 17 Uhr einfach nur die Zeit mit meinen Eltern verbringen. Manchmal reden wir, manchmal essen wir, manchmal verbringen wir einfach Zeit zusammen. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, weil so lernt man sich immer besser kennen und dann hat man diesen Bonus, den eigentlich kaum jemand anders hat, dass ich meiner Mutter sehr selten eigentlich sagen muss, was mit mir los ist. Sie erkennt an ganz kleinen Kleinigkeiten, wie es mir geht, was mir fehlt, was ich brauche, ob ich hungrig bin, ob ich lustig bin. Aber wie schon im Video, in allen meiner anderen Videos, gibt es da natürlich auch diese Ratefaktoren. Aber was das Schöne für mich ist, ist, ich habe jemanden, der mich versteht, auch wenn ich nichts sage. Wenn ich einfach auch nichts, wenn ich einfach nichts sage, ich habe Hunger und trotzdem meine Mama mir dann wie aus dem Nichts eine Mandarine hinstellt oder sowas. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Menschen um sich zu haben, die einen verstehen, auch ohne Worte oder ohne viele Worte. Die verstehen, was du ihnen sagen willst oder die du auch verstehst, ohne dass sie viel sagen. Und natürlich finde ich es auch schön, wenn ich jemanden habe, mit dem ich die Dinge auch wieder besprechen kann, wenn es Missverständnisse gibt, einfach zu sagen, Du, was hast du da jetzt damit wirklich gemeint? Weil das finde ich das Wichtigste, einfach jemanden zu haben, wo man sagt, Hey, du, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber würdest du es mir vielleicht anders oder nochmal erklären? Und wenn dann der andere wirklich bereit ist, das auch zu tun, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Ja, und ich denke, ein Teil dieses Verständnis füreinander entsteht halt nur dann, wenn man auch wirklich Zeit miteinander verbringt und vor allem auch viel Zeit miteinander verbringt, obwohl es geht auch mit weniger Zeit, aber je mehr Zeit man halt miteinander verbringt, je mehr spricht man miteinander und je besser versteht man sich. Na ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn nein, dann könnt ihr mir auch gerne den Baum nach unten da lassen. Ihr könnt mich aber auch gerne abonnieren, würde mich freuen. Stellt mir auch gerne Fragen, oder erzählt mir, was ihr macht, wenn es regnet draußen, wenn es so total das blöde Wetter ist. Oder schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Wenn ihr mögt. Weil alles, was ihr mir schreibt, hilft mir, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Ey, dann weiß ich ja, was euch interessieren würde noch. Ja, ihr könnt mir also gerne in die Kommentare schreiben oder auf Facebook, da bin ich die Ella Bella Bloh. Oder auch gerne über meine E-Mail-Adresse, das ist dann die bell.riedmeyer.outlook.com oder eben auch über Twitter, wo ich immer noch nicht weiß, wofür man es hat. Naja, das hätte ich wohl nie ganz verstehen, aber egal, ich habe Twitter. Das ist auf jeden Fall das komische Prinzip, aber egal. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch und ich hoffe vor allem, dass da meine blöden Kopfschmerzen weg sind. Am Sonntag, diese Woche, habe ich auf jeden Fall mir vorgenommen, mein erstes kleines Video direkt aus meinem Leben euch zu zeigen, wo ich dann gegen Abend hochladen werde, weil ich da noch nicht weiß, wie das wird. Aber auf jeden Fall kommt diesen Sonntag mein erstes kleines Video aus meinem Leben. Also, wir sehen uns dann am Sonntag und dann wieder am Mittwoch und eigentlich auch wieder auf dem Freitag. Also dann, bis dahin, tschüss und habt ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.